Willkommen mal wieder bei Spieleamt TV. Heute dreht es sich um die nominierten Spiele für den Kritikerpreis 2015. Am 18. Mai wurde diese Liste veröffentlicht und kann aktuell auf spieldesjahres.de angeschaut werden. Mit dabei sind die Nominierungen jeweils zum Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres, sowie einzelne Empfehlungen der Jury. Drei Spiele stehen jeweils auf der Liste und wir schauen uns diese mal an, was so in Frage kommen kann. Leider haben wir keines der nominierten Spiele bisher gespielt, aber wir werden das nachholen. Zum einen haben wir Code Express, welches ein sehr spezielles dreidimensionales Spielbrett in Form eines Zuges besitzt. Dann haben wir Machikoro, ein Städteaufbau-Spiel und zu guter Letzt noch The Game, ein kooperatives Kartenspiel. Schauen wir uns mal Code Express an. Durch das 3D-Zug-Spielbrett punktet das Spiel für mich persönlich. Es geht darum, einen Zug auszurauben und programmiert seine Aktionen voraus. Heißt, jeder spielt drei Aktionskarten aus und die werden hinterher reihum durchgegangen. So kann man seine Mitspieler doch mal ins Handwerk pfuschen, wenn plötzlich seine Vorprogrammierung durch die eigenen Karten durcheinander kommt. Machikoro ist ein japanisches Kartenspiel, das durch Cosmos in Deutschland veröffentlicht wurde. Bei diesem Spiel müssen die Spieler sich jeweils eine Stadt mit Karten aufbauen. Diese Karten haben gewisse Effekte, die während dem Spiel ausgelöst werden können, meistens durch einen Würfel. Ziel ist es, ein stetes Einkommen zu sichern und vier Großprojekte zu bauen, denn dann hat man das Spiel gewonnen. Strategisch ist es vermutlich ein sehr umfangreiches Spiel, das wir uns definitiv nochmal anschauen werden. The Game, zu guter Letzt, ist ein kooperatives Kartenspiel. Es ist nicht so kompliziert wie die vorangegangenen, trotzdem erschwert es die Spielregeln mit den Mitspielern zu kommunizieren. Ziel ist es, Zahlenkarten von 2 bis 99 gemeinsam auf vier Stapeln abzulegen. Zwei Stapeln müssen immer aufsteigend und zwei Stapeln immer absteigend sein. Eine Besonderheit beim Ablegen gibt es, denn man darf eine Karte ablegen, die genau 10 kleiner oder größer ist als die ausliegende Karte, egal auf welchem Stapel. Kommunizieren darf man in jeder Form, aber Kartenwerte dürfen niemals bekannt gegeben werden. Das waren die Nominierungen vom Spiel des Jahres 2015. Gefällt euch ein oder mehrere Spiele, die ihr unbedingt für uns vorgespielt haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Anschauen werden wir sie uns aber definitiv alle. Danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Sashi. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.